So, wo waren jetzt die Bären? Ich habe zwei Stücke gesehen, sicher. Safe call. Da läuft einer. Da geht einer. Es sind sogar drei Bären. Ich fresse einen Besen. Oh mein Gott, sind wir hier Luxus unterwegs. Sind wir hier Luxus unterwegs. Vier Bären! Ey, fünf Bären! Ich werde hier wahnsinnig. Alter! Das ist ja mal... übel. Das ist ja mal übel, was hier abgeht. Heftigst. Flickflack, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für den Follow. Natürlich herzlich willkommen offiziell in der Truppe hier. Dankeschön. Erstmal alles schön hier Tetris-like einsortieren. Wir haben ja Augenmaß, nicht? Augenmaß würde uns aber eigentlich auch ermöglichen... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Ich habe deinen Bruder nicht getötet! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Nee! Mach einen Abgang, Mann! Ich war es nicht! Geh weg, 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 geh weg! Ist er noch da? Ah, ist er da! Lauf, Junge! Geh, geh, geh weg, 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 weg! Alter! Vielleicht musst du das Fleisch fallen lassen. Ah, ich will aber nicht! Ich will nicht! Scheiße, Mann, was macht man in so einer Situation? Wie komme ich jetzt weg hier? Gut, dass der keine Ausdaueranzeige hat! Ah, da ist doch einer! Scheiße, jetzt wird es zum Nachteil, dass hier so viele sind! Oh mein Gott! Ist das fies! Ich komme nicht weg! Kann ich hier irgendwie abschütteln? Ah, da sind noch zwei! Äh! Drei! Drei! Jetzt muss ich irgendwie auf mein Fahrzeug kommen! Weg hier! Ich habe so Angst, Mann! Ah! Okay, warte mal, ich muss hier irgendwie jetzt ganz schnell weg! Ich muss hier irgendwie ganz schnell weg! Loslassen! Nein! Wah! Ah! Nein! Lol! Ach, so ist das! Ihr habt Angst vor dem Fahrzeug, ihr miesen kleinen Drecksäcke! Ja, 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 ja! Kann ich die überfahren? Nein, lieber nicht! Äh! Wir kriegen das hin, Freunde! Jetzt so nach und nach! Alter! HTA! Du glaubst es nicht hier! Du glaubst es nicht! Alter! Jetzt kriegt ihr die Hucke voll, Freunde! Jetzt kriegt ihr die Hucke voll! So, Leute, jetzt kommt...